Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Duos. Es läuft in letzter Zeit so lala. Wird es aber heute besser? Was denkt ihr? Wenn euch das Video gefällt, denkt bitte an eine Bewertung und abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Wir hatten ja letzte Folge beide Matches mal gewonnen. Bin immer noch im MC2 unterwegs. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht mache ich mal einen Off-Stream-Trainings-Tag. Weil ich habe nur für Stream quasi RL-Rank gespielt. Dass ich dann mal wieder ein bisschen mehr mache. Das ist ja für euch auch echt mal ein bisschen, sag ich mal... Alter, muss jedes Mal gedemot werden, wenn ich irgendeinen tatsche? Ist ja immer kacke, so ein bisschen hoch zu ranken. Über so, sag ich mal, zwei Games in einer Folge. Das dauert halt einfach ewig. Schade. Schlechter 50. Hätte man besser machen können. Ups. Mann. Backboard-Defense war gerade nicht an der Arbeit. Musste ich aufpassen wegen der Demo. Ah, das war scheiße. Ich nicht den perfekten First Touch und vor allem nicht den richtigen Boost, den ich brauche. Da bin ich aber da. Aber wie immer, fuckt er ja nur ab. Geht er? Das war schwer, den zu dosieren, Mann. Von der Richtung her hätte ich ihn wahrscheinlich nicht anders hinbekommen. Wahrscheinlich kommt er da noch so dran, oder? Nice. Schöner Pass. Digga. Was haut der mich so weg? Was verzögern die denn teilweise so krank? Also ich versuche schon nicht ultra... Oh, es zu sein. Oh Gott. Ja, das war unlucky. Mann. Okay, da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich den da hinkriege und dass der dann wieder abprallt, Digga. Junge, warum kriegen die Gegner immer alles geschenkt? Das fuckt mich ab. Na, egal. Kriegen wir besser hin. Einfach nicht stressen. Hallo? Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es hakt. Digga, scheiß. Fertig ist OP. Digga, diese 50s, ne? Na, kann ich nicht... Kann ich leider nicht gut nehmen. Bin leider nicht so hochbekommen, wie ich mir gewünscht hätte. Ja, fahr doch zurück, Mann. Wieso bleibt er denn instant stehen? Ich muss doch dann aber challengen. Ich check es nicht. Ach so. Ah. Schade. Ein kleiner Fehler in der Position gehabt. Schade. Habe ich ja einfach nur misreadet. Oh, Mann. Hey, Digga, das hasse ich so, ne? Sie kriegt es einfach hin. Ja, okay. Die Rule 1 ist kritisch. Schade. Schade. Ey, er kriegt ihn aber auch immer noch mit seinem Kack-Auto an mir vorbei, ne? Er toucht ihn immer so goofy. Aber es klappt. Und das nervt. Wo stehen sie auch, ey? Naja. Gut. Ist auch egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ey, die machen so einen Murks, ne? Checkt es nicht. Oder pass? Nein. Mann, dass er mich da immer so nervt, ne? Dass ich direkt wieder drauf muss. Ja, scheiße. Wow. Knapp. Jetzt nicht gedacht, dass das so nach hinten losgeht, wenn ich für eine Demo gehe. Oh, Mann, ey. Junge. Er schneidet leider vorher ein. Alter, ey, das kannst du nicht erzählen. Wie kann der denn immer Lucky über alles drüber kommen? Bro, er steht so perfekt. Ah, Junge, ja. Weißt, aber trotzdem. Zwei Tore in zwei Minuten wird schwierig. Ey, hu. Okay, nice. Oh, nicht nice. Okay, zwei gegen einen. Ey, du weißt, er kommt immer noch ran und geht trotzdem bei seinem Mate mit rein. Um da dann noch irgendwie so einen Scheiß-Play rauszumachen. Achso. Ah, okay. Da kann ich auch nichts machen. Mann. Also, warum sollte ich nicht drauf gehen? Mein Mate hat keinen Boost. Und der Ball geht nicht rein. So, was soll ich machen? Aber nein. Tunnelblick kickt. Tunnelblick kickt. Schade. Da hätten wir vielleicht noch gewinnen können, aber so leider nicht. Jo, Leute, willkommen zurück zu Game 2. Wir versuchen, das ein bisschen hier weiter hinzubekommen. Okay, wir spielen auch gegen GC. Dann wird es jetzt mal ein bisschen interessanter. Mal sehen. Ach, Digga, natürlich bin ich dann wieder zu hoch gewesen, Mann. Ich hasse diese Dinger, wenn du keinen Boost hast vom Kick-Off. Nice. Knapp. Schöner Pass. Schöner 50. Ist das unlucky? Geht das wieder nicht rein? Oh, da bin ich leider nicht first. Ach, Junge. Ey, Digga, das fuckt so tierisch ab, ne? Na, schade. Ich hab's probiert mit so wenig Boost, wie ich hab. Nice. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn bumpen. Er lässt sich nicht bumpen. Mann. Ah, da ist jetzt greedy, da den Boost zu nehmen. Ich will ihn drainen. Kann ich da aber nicht drauf gehen. Der ist zu greedy. Oh, Mann, als ob er misst. Das hätte ich nicht gedacht. Warum misst der da? Kommt auch scheiße wieder zurück. Mann. Wir haben aber auch noch einen Lack, ne? Teilweise, dass die da immer irgendwie so dranhängen. Und dass halt gar nichts für uns bei rumkommt. Da hab ich echt scheiße geflogen. Oder gechallenged. Ist das ein Pass? Ich weiß es nicht. Ne, es ist kein Pass. Es verwirrt mich, was da immer losgeht. Aber grundsätzlich soll ich nicht auf so viele Areas drauf gehen. Aber nice. Danke vom Gegner, dass er die Situation für mich auf jeden Fall gecleared hat. Oh, das könnte eher ärgerlich werden. Ah, er will nicht auf den Boost. Okay. Digga, wie kann man eigentlich so fett sein, ne? Egal wo, immer im Weg steigen. Ah, den hab ich. Aber nicht gut. Mein Fehler. Richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob er den Boost nehmen will für den Attack. Ah, ja, komm. Wahrscheinlich, ne? Du challengst einfach nur rein. Und der Ball geht irgendwie rein. Digga, das ist das, was ich halt meine. Ja, wahrscheinlich, Digga. Den könnte ich nicht mal redirecten, wenn ich's wollte. Leider, der Rückpass nicht so gut funktioniert. Oh, warum geht das denn direkt wieder hierhin? Okay, er nimmt den Boost. Ist ein bisschen schade. Okay, jetzt sind wir relativ offen. Oh, sorry. Ich wollte nur den Boost haben. Das ist so unlucky, dass der wieder nicht rein ist. Aber das ist diesmal mein Fehler. Aua. Hatte ich Glück. Ey, komm. Wahrscheinlich wäre der trotzdem noch reingegangen, oder? Aber irgendwann wird's auch mal lächerlich. Weiß. Weiß. Komm. Oh. Schön. Katastrophe da. Komisches Game. Na ja, den hätte ich besser nehmen können. Schade. Bisschen zu viel geirrolt. Nice. Jetzt vielleicht noch ein schönes Pass-Play. Oh, der dann auch so kommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich wusste es nicht. Ich wollte ihn eigentlich nur bumpen und nerven, dass man Maid den Platz mal hat. Das meine ich mit Pass-Forcen. Egal was ich vorhabe, du kannst es einfach nicht machen. Weil irgendwie eh man Pass-Force wird. Ich kann nie in die Luft gehen. Aber trotzdem schöne, schöne Situation. Schönes Match. Nice, nice, nice.